Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden. Genau wie Sephiroth. Bist das...wirklich du? Wie ist die Lage? Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. Ach, Reef. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Marco Dichter erreicht kritisches Ausmaß. Initiiere die Kühlung mit Frostmaterie. Mit Verlaub, Zeit für Ihr Meeting. Mit Verlaub, wage es nicht, mich in diesem wichtigen Moment zu stören. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Also wirklich, dass mir mal der Schmalz ausgehen würde. Willkommen im Honigtöpfchen, Cloud. Wahre Schönheit kommt bekanntlich von innen. Hörst du, Cloud? Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Perfekt. Kein Wort. Nur eins. Nein. Aber du bist so süß. Meine Braut für heute Nacht ist... Heute Nacht? Drecksschwein. Sehr schön. Schön. Du bist ein Falke, der dir die Flügel schon stutzen. Du scheinst dich ja auch ohne mich schon köstlich zu amüsieren, mein Freund. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Was ist das für ein Viech? Interessante Frage. Sie spricht? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Cloud! Welch freudiges Wiedersehen. We'll let you go! Vortrefflich! Mit meiner Theorie lag ich also vollkommen richtig. Ich hoffe, meine Erwartungen werden auch weiterhin erfüllt. Seht aus, als würde der Wettlauf hier hinten. Achtung! Avalanche hat keinen Krieg im Sinn. Wir sind hier, um Aris zu retten. Nicht für deinen Rache-Feldzug. Weiß ich doch! Ich glaube nicht, dass sie Eris nur Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volkes niemals lebend gehen lassen. Was ist das? Das ist der Ursprung von allem. Genua. Das ist für dich! Cloud! Unser eigentlicher Feind ist nicht der Shinra-Konzern. Sie haben zwar damit zu tun, aber unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen für die Menschen. Diese Welt!